herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei go4pyro heute habe ich euch im testen ein kleines raketensortiment bzw ein kleines familiensortiment und zwar das star mission von keller bzw komet gekauft habe ich das ganze bei thomas phillips für einen preis von 5 euro wir schauen uns das ganze mal nochmal an über 110 effekte familiensortiment enthalten fünf raketen hier noch eine multi effekt fontäne space sound raketen packet cracker matte pyro cracker hier noch ein bisschen kat 1 knallerbsen flashlight und ja hier noch leuchthaler hinten versteckt sich auch sogar noch ein römisches licht also echt ziemlich großes sortiment für fünf euro auch sehr schön mit den space sound raketen die ich ja online für ungefähr ein euro gibt und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden fall viel spaß bei der zündung von dem star mission set und los geht's jetzt hier star mission raketen sortiment von keller fangen an mit dem kleinen kram hier flashlight brauchen wir glaube nicht zünden klasse 1 hier sowie die knallerbsen lassen wir auch mal weg die leuchthaler das sind wir auch weg und fangen jetzt hier mal an mit der packet cracker matte von keller ziemlich gut weiter geht es hier mit den pyro crackern sehr gut noch der zweite ja der wollte leider nicht sehr schön und jetzt noch die letzte fontäne im sortiment und zwar hier die multi effekt fontäne viel spaß ja sehr schön ist hat jetzt noch das römische licht sehr schönes teil für die größe und jetzt kommen wir zu den raketen zuerst die zwei space ton in silber grün jetzt das ganze in silber grün ja auch wieder ganz gut und jetzt noch hier haben wir zwei größere raketen hier so eine goldene machen wir die gleich mal hatte schon mal einen fetteren zerleger und jetzt noch das ganze in rot das wollte leider nicht abheben das ganze sonst ein schönes sortiment für fünf euro kann man sich auf jeden fall mitnehmen und ja wenn euch jetzt das video gefallen hat würde ich mich auf jeden fall eine positive bewertung freuen vergiss nicht zu abonnieren und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video haut rein und ciao und 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 und